Was kann man denn als Privatperson machen, um Tierheime zu unterstützen? Ganz viele Möglichkeiten. Man kann Patenschaften für Tiere übernehmen. Man kann einfach Mitglied in unserem Tierschutzverein werden. Man kann natürlich auch außer der Reihe durch Geldspenden uns unterstützen, durch die steigenden Energiepreise, Tierarztkosten. Dann ist es natürlich so, dass das Geld immer knapp ist und wir sind auf Spenden angewiesen. Wir finanzieren uns eigentlich zum Großteil wirklich nur durch Spenden, sei es eben Mitarbeiter, Futter, Tierarztkosten, alles. Aber auch ein ehrenamtliches Engagement ist auch immer gerne gesehen. Sei es Spaziergänger oder tatkräftig mit beim Reinigen anpacken, Katzen bespaßen. Ja, alles Mögliche. Also wer Fantasie hat, findet einen Weg, uns zu helfen.